Hallo, Servus, hier ist der Erich Meidert von Mr. Water. Wir haben das Thema, die dramatischen Folgen von Wassermangel. Zunächst beim Thema Blut gibt es fünf Punkte. Erstens, Blut hat ja über 90% Wasseranteil. Das Blut dickt ein. Ein zweiter Punkt, es fließt langsamer und zähflüssiger. Der dritte Punkt, der Organismus wird weniger mit Nährstoffen versorgt. Der vierte Punkt ist, dass die ganzen Stoffwechselprozesse langsamer ablaufen. Und der letzte Punkt ist, dass natürlich die Stoffwechselreste, weil man muss sich vorstellen, in einer Sekunde sterben 50.000 Zellen und 50.000 kommen wieder dazu. Das heißt, diese Stoffwechselreste werden natürlich wesentlich schlechter aufgenommen und abtransportiert. Das sind wirklich dramatische Folgen. Genauso natürlich wie die Wärmeregulation. Im warmen Sommer sieht man es ja, man beginnt ein bisschen zu schwitzen. Der Organismus kämpft richtig, dann trinken sie einen Liter Wasser und der Körper beruhigt sich. Weil es natürlich auch ein idealer Puffer ist, gerade bei heißen Temperaturen oder bei Sport. Du brauchst das Wasser einfach. Dann haben wir noch das Weitere. Die Folgen von Wassermangel. Das ist einfach unglaublich. Ich habe da so eine kleine Folie, das werden wir da noch einfügen. 2% Wassermangel bedeutet bereits Ausdauer und Denkfähigkeit. Also das ist direkt unfassbar. 2% Wassermangel. Und man muss sich natürlich vorstellen, der Wassermangel, die inneren Organe, die brauchen ja alle das Wasser. Leber, Milz, Niere, Lunge, Herz. Das Gehirn hat 90% Wasseranteil. Bei manchen glaube ich, das ist ein bisschen arg darunter liegt. Natürlich, bei Demenzkranken sieht man gleich 50-60% Wasseranteil. Das kann man ja auch sehen bei dem Buch von den Körperwelten, wie Demenzgehirne ausschauen. Also 90% Wasseranteil und 20% vom Körperwasser braucht allein das Gehirn. Naja, bei 3% gibt es Konzentrationsmängel und Leistungseinbußen. Also Rückgang der Speichel- und der Hormonproduktion. Bei 4% lässt bereits die Kraft nach. Bei 5% steigt Puls, Temperatur, der Herzschlag. Auch das kann man natürlich ganz klar messen oder eher so Angstzustände nehmen da schon zu. 6% Schwäche, Reizbarkeit, Erschöpfung. Und da kann ich natürlich aus meiner Praxis berichten. Ich habe mal Lehramt Hauptschule studiert und so um 11, halb 12 Uhr sind die Lehrer, die Schüler wurden alle ein bisschen nervös, die wurden ungeduldig und die wurden reizbar. Also das kann ich unterschreiben mit 6% Reizbarkeit und Erschöpfung. Bei 8% Übelkeit und vor allem die motorischen Fähigkeiten lassen nach. Und bei 10% Verwirrungszustände und schwere Gehstörungen, aber das zentrale Nervensystem ist davon schon richtig betroffen. Und bei 15% ist es bereits lebensbedrohlich. Und darum muss man einfach sagen, der Organismus, die inneren Organe arbeiten 24,7,365. Also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ein ganzes Jahr, ein ganzes Leben lang. Und die haben alle zwischen 70 und 90% Wasseranteil. Und wenn sie nicht genügend reines, sauberes Wasser trinken, dann muss es der Körper umwandeln. Dieser Umwandlungsprozess hat natürlich massive Kraftanstrengungen zur Folge. Diese Energie bleibt ihnen weniger dann für andere Sachen im Leben über. Und er muss natürlich dieses Umgewandelte auch irgendwo ablagern. Und auch das verstopft wieder viel und erfordert wieder sehr viel Energie. Und diese Energie fehlt uns halt da. Und ich sehe halt oft meine Zeitgenossen in dem Alter, da geht halt oft der Spaßfaktor verloren. Weil sie natürlich sehr viel mit dem Überleben zu tun haben, weil das erfordert alles Kraftanstrengungen. Es ist vergleichbar mit einem Essen, sie haben ein schönes Mittagessen, wunderbar. Und dann beschleicht sie eigentlich oft eine Müdigkeit. Und wenn du das natürlich ein Leben lang machst und nicht richtig entgiftest oder ausleitest oder mit Wasser das schwemmst letztendlich, dann hat man halt die Folgen, die man dann irgendwo spürt in Form von körperlichen Gebrechen. Also das steht 100% fest. Da gibt es natürlich noch weitere Videos von mir, aber das nur mal in Kurzform für die dramatischen Folgen von Wassermangel. Also trinken, 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 viel Wasser am besten, Gletscherwasser, reinstes, sauberes, hexagonal, rechts drin, zählverfügbar, dass du Wasser hast wie aus der Quelle. Und das Gute ist, mit relativ wenig Aufwand können sie aus ihrem Leitungswasser, ich sage es jetzt mal richtig schert aus Bayerisch, egal wie vor uns das ist, können sie letztendlich Gletscherwasser machen. Das geht mit einer guten Filterung, mit einer guten Belebung. Auch das ist wichtig, mit einer gewissen Sicherheit, das ist bezahlbar, machbar und das ist die Mission. Und das bereitet sehr viel Freude, wenn man immer mehr Leute haben, die Hoseaner schreien, boah, ist das gut, es schmeckt, ich trinke es gern und damit natürlich die entsprechenden Konsequenzen hat. Welche Konsequenzen, sagen wir Ihnen im nächsten Video. Servus! Servus!